Musik Hallo liebe Nachbarn, herzlich willkommen ein frohes, frohes Fest. Trotz Corona-Zeiten. Und dann finde ich es ganz, ganz toll, wie viele jetzt hier und ab und vor wieder gemeinsam klatschen und singen. Das machen wir ja schon seit einigen Tagen. Als Dank und zum Zeichen der Solidarität für alle, die sich hier ganz besonders für uns einsetzen. Für die Beschäftigten im Gesundheitswesen, im Pflegepersonal, für die Verkäuferinnen und Verkäufer, die Lkw-Fahrer, aber auch die Awea und, und, und. Den allen gebührt dieser Einsatz hier immer abends um 18 Uhr. Toll, dass ihr alle wieder mitmacht. Und ganz besonders freuen wir uns natürlich heute, dass Nico und Ulja von der Band Gehörwäsche da sind. Und Marco Miliano, der Künstler aus Leverkusen. Und mit ihnen gemeinsam werden wir jetzt unser traditionelles Lied Bella Ciao als Ausdruck der Solidarität gemeinsam singen. Und freuen uns natürlich über eure Verstärkung. Super. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wuhuuu! Applaus Partisanen, komm nehm ich mit euch, und bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Partisanen, komm nehm ich mit euch, denn ich fühle der Boden an. Musik 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 Musik